Meine Damen und Herren, in dem nächsten und letzten Schaubild heute Abend sehen wir kein PS, ein PS und wie Sie hören ganz viele PS. Die große Schwierigkeit ist, das mit dem Fluchttier Pferd zu machen, denn normalerweise, wenn das Pferd vor etwas Angst hat, haut es ab. Also man muss da sehr langsam rangehen, man muss wirklich Zeit lassen, um das Vertrauen des Pferdes zu gewinnen, damit es das mitmacht, was wir heute Abend hier sehen. 30 Mädchen der Voltigier-Abteilung, 10 Reiter und Pferde vom Reitverein und die Trial-Fahrer des benachbarten AMC-Vereins Itstein. Meine Damen und Herren, Rösse, Stahlrösse, Akrobaten und Tänzer, hier ist Boom to be Wild, Reit- und Fahrverein Itstein. Born to be Wild Born to be Wild cực Born to be Wild Gulb Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, liebe Jury, 9,9, 10,0 Die B-Note 9,9, 10,0 9,7, 10,0 Die Zeit war gut, es sind insgesamt 98,6 Und damit der zweite Platz Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017